Leute, ich wünsche euch mal ein Info-Video. 2. Advent habe ich keinem gemacht, mal schätze nachträglich mit beim 3. Advent. Und ja, ich wünsche euch, ich hoffe euch, euch einen schönen 2. Advent, euch einen schönen 3. Advent noch heute. Und noch was. Ich werde heute ich mache ein Wettbewerb. Und wenn das Video morgen hoch ist, will ich auch einen haben, der kommt. Also ein, der auch in meinem Nähe wohnt, in der Nähe von Sachsen wohnt und in der Nähe von Trahan. Der kommt dann zu mir. Und ja, wir treffen uns draußen beim Ententeich. Und dann mache ich gegen ihn auf dem PS2 ein Spiel Kassel 14. dann bei ein der letzten 4 Projekte. Da ist dabei da 1 kann Turismo 3 Aspekt und noch was. Er kann auch immer in Clash of Clowns Club beitreten. Und dann werde ich auch viel gegen ihn wenn er dann wieder zuhause ist. Wenn es nicht Scraver sein solltet. Äh, der geht dann auf der er zuhause geht auf sein Video. Ich auf meiner. Ich nehme auf und wir zappen dann gegen oder machen kann acht und splatt tun. Dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende und ciao. Ciao.